Am 11. Juli 1951 starteten die Amerikaner eine... Noch bis März müssen wir uns gedulden. Dann kommt nicht nur die PS3, sondern auch gleich der Ego-Shooter Resistance Fall of Man. Bevor wir uns jetzt ansehen, was das Spiel zu bieten hat, gibt es noch dieses schicke kleine Intro. In der Folge geht es um seine Erlebnisse vom 11. bis 14. Juli. Dem Tag, an dem man ihn zuletzt sah. Zelfin, los! Resistance Fall of Man versetzt uns zurück in die 50er Jahre. Im Spiel ist die Geschichte allerdings ein wenig anders verlaufen, als wir sie kennen. Die östliche Hemisphäre ist von einer unbekannten Monsterarmee überrannt worden. Die letzte Bastion in Europa ist England. Und hier kommt ihr ins Spiel. Als letzter Überlebender einer amerikanischen Spezialeinheit kämpft er auf der Seite der britischen Verbündeten gegen die Invasoren. Damit das Spiel nicht zu einer ideenlosen Ballerei verkommt, haben sich die Entwickler nicht nur eine schicke Story ausgedacht. Hier beispielsweise seid ihr im verschneiten Land mit einem Panzer unterwegs. Und hier ist es ein wenig, das ist ein wenig, das ist ein wenig, das ist ein wenig. Optisch hat man sich ebenfalls um Abwechslung bemüht. Die Farben wirken zwar etwas trist, tragen doch aber ungemein zur Atmosphäre des Spiels bei. Eine Fahrt mit dem Jeep, bei dem ihr euch sogar selbst hinter das Steuer klemmen dürft, darf natürlich auch nicht fehlen. Während euer Partner das Feuern übernimmt, braucht ihr nur auf die Straße zu achten. Und dank der komfortablen Steuerung macht das Fahren sogar richtig Spaß. Wir müssen das Tor auflegen. Trotz der immer wieder eingestreuten Fahreinlagen, bleibt der Schwerpunkt natürlich der Kampf zu Fuß. Spielerische Höhepunkte sind hier die Kämpfe gegenüber dimensionierten Feinde. In dem Fall eine riesige Metallspinne. Hier müsste im Übrigen auch etwas geschickter vorgehen, wenn ihr gewinnen wollt. Resistance Fall of Man ist ein kurzweiliger Ego-Shooter für die PS3, der vielleicht technisch keine Maßstäbe setzt, dafür spielerisch sich keine Blöße gibt. Wie gut das Spiel wirklich ist, wird euch unser Test verraten. Auf den müsst ihr allerdings noch ein wenig warten. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr damit. Ich bin nicht mehr da. Ich bin nicht mehr da. Mroh.